Moin, willkommen zu einem neuen Video aus dem O-Game-Universum La Certa. Diesmal nach 43 Wochen und jetzt 241,1 Millionen Punkte. 10,7 in der Woche gemacht. Leider kein neues Average High. All Time High. Und ja, gut, aber das ist nicht so wild. Ich habe die Punkte gemacht, indem ich meine Metallminen ausgebaut habe. Das kann man auch hier sehen. Ups, da. Alle sind jetzt hier auf 43 bis auf 2. Die eine ist noch im Bau, das hat man auch gesehen. Und hier wird dann noch die letzte fertig gebaut werden, sodass ich dann, ja, das werden keine 5 Milliarden sein. Aber so langsam tasse ich mich da ran an die 5 Milliarden. Und dann mal gucken, was danach dann kommt, das weiß ich noch nicht so genau. Weil wahrscheinlich dann erstmal wieder eine Forschung dran kommt, beziehungsweise kleinere Forschung. Und was ich dann mache, die 45er, also die 45er, die kosten dann doch schon wieder eine ganze Menge. Und mal gucken, ich weiß noch nicht. Was kostet eine 45er? Ja, 200, ja, gut. Müsste ich mal wieder ein bisschen Metall sammeln und dann umtauschen. Dann könnte man da die 45er draus machen. 35, was hier rede ich denn? Und die 36er hier. Ja, wie gesagt, Forschung würde ich dann hier erstmal so ein paar kleine durchziehen. Wie zum Beispiel Impuls. Das kostet halt nichts, geht fix. Verbrennung auch. Hyperraum ist schon wieder ein bisschen größer, kostet schon wieder eine Woche. Aber auf jeden Fall zu bezahlen. Und natürlich vielleicht nochmal hier so die ganz kleinen Waffentechniken so ein bisschen höher machen. Das kostet auch nichts mehr. Und auf 21 zu ziehen oder 22, das ist halt alles kein Problem mehr. Irgendwann wird dann, also die müssen dann auch auf 20 kommen. Und das dauert dann zwei Wochen, wenn ich die dann auf 20 nochmal habe. Also von 19 auf 20. Und ja, alles andere wäre dann einfach zu groß, um das mal zwischenzuschieben. Aber das würde sich auch zeigen, was ich denn dann Rest habe. Wahrscheinlich werden erstmal diese kleinen hier durchkommen und dann ein bisschen sammeln. Und dann kann man da so ein bisschen was tun. Vier Tage habe ich da auch noch frei. Zeit. Und bis dahin werde ich natürlich auch dann die letzte gebaut haben. Man kann hier sehen, so ein bisschen Ressourcen habe ich ja. Also deswegen ist das kein Problem, da ein bisschen noch zu farmen. Und dann wird heute Abend vielleicht oder ansonsten morgen irgendwann dann die nächste Metallmine auch in Bau gegeben werden. Und dann ist das gut so. Dann passt das so. Ich pendle jetzt immer bei Top 36 rum. Das ist auch in Ordnung so. Lennox wurde gerade ein bisschen ramponiert. Aber okay, das ist alles in Ordnung. Man macht Punkte. Der nächste, der 200 schaffen wird, wird Dexter sein. Und dann geht das so weiter. In der Ökonomie, da habe ich mich so ein bisschen absetzen können. Da habe ich ordentlich Punkte gemacht. Das Lustige ist, dass Masu eigentlich auch in der normalen Punktereignisse sehr nah hinter mir liegt. Deswegen sind wir da doch recht gleich. Da hat Lennox noch ein bisschen weniger. Aber hier oben, ja, Remus, der hat natürlich, also da, holler, also das ist schon echt böse. 200 Millionen Punkte, das ist schon echt gut. Ja, danach bin ich natürlich auch im Überlegen, ob ich dann bei den Lebensformen ein bisschen wieder mehr investiere. Was ich auch schon gesagt hatte, wird wahrscheinlich dann, ja, hier natürlich auf dem Mond nicht, aber hier, na, Lebensform. Und da kann man dann jede Menge noch rausholen, indem man einfach die Magmaschmelze hochschiebt. Aber wie gesagt, da wollte ich dann das abwarten, wenn die Energietechnik durch ist. Das wollte ich dann abwarten. Und deswegen ist es nicht so schlimm, da so ein paar Tage zu warten. Da kann man nämlich gucken, wie viel man davon bauen kann, wie viel Energie noch übrig habe und solche Geschichten. Aber das sollte dann auch möglich sein, das so ein bisschen zu pushen. So, und, ja, mehr ist dazu jetzt nicht zu sagen. Es läuft. Ich habe in der Woche ein bisschen von meiner Non-Deut-Flotte geschrottet. Das gab wieder fast eine Metallmine dazu. Und meine Flotte, ja, die wächst und wächst und wächst. Nur durch die Expos, bis ich irgendwann mal die, sagen wir mal, voll habe. Und, ähm, dass dann die Lagerkapazität von meinen Lagern komplett ausgereizt wird. Ich kann das mal hier kurz rüberziehen. Aber nur so ein bisschen. So. Und dann kann man hier sehen, dass, wenn ich das jetzt, also auf der linken Seite sind dann, ist meine Flotte eingetragen. Da links. Ähm, das ist jetzt ausgerechnet, was an Lagerkapazität noch frei ist. Das ist jetzt also so der neueste Stand vor ein paar Tagen gewesen. Da kommt noch ein bisschen was dazu. Aber da sind natürlich auch die Deutschschiffe drin. Äh, die Nicht-Deutschschiffe drin. Also, ich habe noch jede Menge Lagerplatz frei. Sodass ich da noch jede Menge Non-Deutschschiffe, ähm, ach Quatsch, was ich jetzt hier? Also Deutschschiffe sammeln kann. Sodass ich meine Lager möglichst im besten Fall ausnutzen kann. So mit 4,6 Milliarden und irgendwie sowas. Kleiner Tipp am Rande. Wir hatten vor ein paar Tagen das Payback-Event gehabt. Das bedeutet, dass wenn ihr dunkle Materie investiert, dass ihr da auch welche zurückbekommt. Diese 4,5 K gekauft sind keine gekauften. Das sind die zurückbekommenden, weil ich, ähm, den Händler bezahlt habe, um den auf 75 Prozent zu, äh, den Schrotthändler auf 75 Prozent zu bekommen. Hier sieht man das. Da steht 75 drin. Ähm, das kann man an dem Event-Tag machen, aber später den Händler nutzen. Das Deutsch, was du an diesem Event-Tag ausgegeben hast, das waren bei mir, was, so 30.000 oder sowas. Davon kriegst du ja 15 Prozent wieder. Das sind dann diese 4,5 irgendwas, ne? 15 Prozent irgendwas. Da kriegst du das wieder. Und, ähm, du kannst das dann später nutzen. Das heißt, wenn ich demnächst, oder was heißt demnächst, irgendwann meine Flotte dann, äh, schrotten werde, irgendwann, wenn denn die Lager dann voll sind bei Schrottung, dann habe ich hier auf jeden Fall für dieses eine Mal dann schon die 75 auf jeden Fall sicher. Da muss ich dann nicht mehr handeln. Das heißt, an dem Tag handeln, sich die 75 Prozent holen und dann irgendwann später einlösen. Das geht natürlich auch mit den anderen. Zum Beispiel beim Rohstoffhändler und sowas geht das auch. Da kann man das auch machen, ne? Also, nur als kleiner Tipp am Rande, wenn dann wieder so ein Payback-Event ist, ne, äh, holt euch den Händler, holt euch den Schrotthändler und dann schon mal den guten Kurs, ähm, vorreservieren für die Zukunft, ne? So. Das spart ohne Ende DM. Ja, ähm, ich habe jetzt ein kleines Item drin erstmal hier, plus zwei. Das wird nicht mehr lange dauern, aber das hat sich, ähm, sagen wir mal, schon sehr bezahlt gemacht. Muss ich sagen, vor allen Dingen, wenn man sich den gestern anguckt, hier, das ist doch echt ganz ordentlich, ne? Also, warte mal, ups, da muss ich draufgehen. Hier, 1,44 Milliarden, 700 Millionen, das ist schon, ja gut, flotte 200 Millionen, also das, äh, tsch. Also, was ich da an dem Tag gefarmt hab, gestern, das war echt, echt ganz, ganz schick, ne? Kann man nichts sagen, ne? Also, das war echt nur eine ganze Menge. Und, ähm, ja, heute ist noch nicht so viel, das ist echt mau. Also, heute mit 46 ist echt mau, aber gut. Mal sehen, was das Wochenende noch so bringt, ne? Gut, okay. Das war's dann erstmal soweit für, ähm, mal, ja, meinen Überblick für diese Woche. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht, was ich dann in vier Tagen, wenn die Energietechnik fertig ist, dann angeschmissen haben werde und auch vielleicht schon fertig gebaut haben werde für das nächste Freitagsvideo. Das weiß ich jetzt noch nicht, das wird sich zeigen, was ich dann so an Ress habe, ne? Ansonsten, wie immer, bei Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge, alles in die Comments rein und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Vielen Dank.